Hallo ihr da draußen vor den Tablets, Smartphones und Bildschirmen. Klasse, dass ihr dabei seid bei der 72 Stunden Aktion des BDKJ in diesem Jahr. Euch schickt der Himmel. Euch schickt wirklich der Himmel und wir sind dankbar, dass ihr euch 72 Stunden im Bistum Limburg im Dienst der guten Sache engagiert. Das ist ein starkes Zeugnis, dass so viele von euch sich an der größten Sozialaktion Deutschlands beteiligen. Ja und auch wenn der Himmel hier heute etwas weint, ich hoffe er lacht gerade bei euch. Denn wir stehen hier in einem der Projekte, die beim letzten Mal 2009 verwirklicht worden sind von euren Vorgängern. Die haben mit Schweiß, mit Engagement und viel Kreativität und unglaublicher Ausdauer in 72 Stunden hier aus einem verwüsteten, verwilderten Garten diese Oase geschaffen, die heute viele nutzen. Ich bin gespannt, was ihr jetzt schafft in diesem Jahr, wenn ihr euch 72 Stunden ans Werk macht. Wir sind wirklich dankbar und stolz, dass so viele von euch auch in diesem Jahr wieder mit dabei sind, mit anpacken. Dass ihr euch auf den Weg macht zu den Menschen hin, beflügelt von der Nächstenliebe und dass ihr damit die Botschaft des Glaubens zu den Menschen tragt. Die Botschaft von Jesus Christus. Die wird immer dort anschaulich, wo Menschen sich für andere einsetzen. Als euer Bischof bin ich richtig stolz und habe Respekt für jeden Einzelnen. Danke, dass ihr alle mitmacht. Ja und gemeinsam wünschen wir euch jetzt für die nächsten 72 Stunden toi toi toi, viel Erfolg und in allem Gottes reichen Segen.